Internationales Wachstum mit Wurzeln im deutschen Mittelstand. Die Ausstattung mit Versorgungstechnik, energetischer Ausrüstung, Elektro- und Kommunikationsanlagen geben einem Gebäude erst seine Funktion. Das Ingenieurbüro Summit aus Salzgitter beweist im Einsatz auf der ganzen Welt, dass Immobilien dank ihrer technischen Ausstattung smart, nachhaltig und nutzerfreundlich werden. Mit der Planung und Ausführung komplexer technischer Gebäudeausrüstung hat das 1991 gegründete Ingenieurbüro einen großen internationalen Kundenkreis gewinnen können. Auftraggeber aus dem Gewerbe und Industrie, dem Hotelwesen und der öffentlichen Verwaltung können sprichwörtlich auf IB Summit bauen. Neben der Planung und Ausführung stellt das Ingenieurbüro umfangreiche Beratungsleistungen, Facility Management und Objektbetreuung bereit. Der hohe Qualitätsanspruch bei der Planung, moderne Unternehmensführung und ein besonderer Teamgeist bilden zusammen ein Erfolgsrezept. So konnte das Team in den letzten vier Jahren um 50 Prozent anwachsen, der Umsatz gar verdoppelt werden. Zum wirtschaftlichen Erfolg gesellt sich auch soziales und unternehmerisches Engagement. Nahezu 10 Prozent der Zermieten sind heute schon Azubis, Praktikanten und Studenten.